Vor 48 Stunden haben wir etwas gefunden, etwas Bemerkenswertes. Was haben Sie entdeckt? Eine Art Konstrukt. In der Antarktis? Und eine unbekannte Spezies. Ach, wirklich? Wir landen! Das ist Kate Lloyd, Columbia, Paläontologische Fakultät. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wieso Sie so lange unterwegs waren. Wir vermuten, dass es schon seit 100.000 Jahren hier ist. Ich werde eine Gewebeprobe entnehmen. Falten Sie das für eine gute Idee? Ja, allerdings. Sie, meine Freunde, werden alle unsterblich. Als die Menschen, die diese Entdeckung machten. Hast du das gehört? Mein Gott. Jemand wurde angegriffen. Aber ich glaube, allen geht's gut. Entweder hat sich die Person auf wundersame Weise geheilt. Oder irgendjemand hier ist nicht er selbst. Wir brennen! Was macht es mit ihm? Es imitiert seine Zellen. Ich denke, dass das Ding seine Beute kopiert und sich dann darin versteckt. Was wollen Sie damit sagen? Dass nicht alle von uns menschlich sind. Es könnte jeder von uns sein. Das Ding darf nicht von hier weg. Denn falls es das schafft, könnten Millionen Menschen sterben. Pete! Das Ding! Das Ding! Das Ding! Das Ding! Das Ding! Das Ding! chums sich und sich mit bei sind über